Meine Kräfte halten vielleicht nicht an. Keine Sorge. Wir schon. Chloe! Max. Max. Bist du tot? Oh, ja. Ich meine... Ich meine, nein. Nicht tot. Nur abgelenkt. Cosmopolitan für Max. Vodka-Shot für Safi. Sehr passend für euch beide. Perfekt. Vielen Dank, Amanda. Hey. Du siehst heute echt gut aus. Findest du? Ich habe ein neues Shampoo. Aber kein Plan, wie ich es finde. Also, was machst du später? Schlafen. Falls es einen gerechten und gütigen Gott gibt, Schlaf. Heute war ein echt langer Tag. Oh. Dann... Schlaf gut. Ich habe so viel zum Flirten, ne? Du weißt schon, sie flirtet mit dir? Ja. Hä? Amanda! Bist du echt so ahnungslos? Amanda? Okay, wir haben immer noch unseren Nachnamen, Caulfield, aber wir heißen... Sie haben uns als Amanda vorgestellt, ja. Weil ich Safi eigentlich auch ganz süß finde. Warum daten wir die nicht? Vielleicht steht es auch nicht auf Frauen. Oder ja, ich bin nicht völlig ahnungslos. Ähm... Okay, mach mal halblang. Ich weiß, wenn jemand flirtet. Ich brauche bloß eine Weile, um zu entscheiden, ob ich zurückflirten will. Genau. Warst du nicht jahrelang überall im Land unterwegs? Hast du dich gar nicht flachlegen lassen? Safi! Ist es wegen dem blauhaarigen Mädchen auf dem Foto in deiner Brieftasche? Du hast meine Brieftasche durchsucht? Hör auf, abzulenken. Das blauhaarige Mädchen. Was ist das zwischen euch? Hm, wir waren nur Freundinnen, wir waren zur Schulzeit, nein, ein Paar. Hm. Wie sieht das aus? Das ist voll süß. Äh. Ich muss auch gerade dran denken, das Spiel hat uns am Anfang auch gar nicht gefragt, was wir für eine Entscheidung wir getroffen haben, für den ersten Teil. Ich glaube, in irgendeinem anderen Teil, den wir gespielt hatten. Ich glaube, hm. Ich satte nochmal mit der schwarzhaarigen. Komm gerade nicht drauf. Wir hatten auf einmal Wavelength gespielt, aber das war DLC dazu. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Da gab es die Frage, wie wir uns entschieden hätten. Hm. Aber so ein richtiges Paar. Ja, komm hier. Also, sie war sowas wie meine Highschool-Liebe. Okay? Eine Highschool-Trennung hat dich die Liebe aufgeben lassen? Es war ein wenig komplizierter als... Können wir jetzt das Thema wechseln? Oh, komm schon. Du sprichst nie über dich. Würde es dich umbringen, ein klitzekleines bisschen Preis zu geben? Was ist passiert? Oh. Haben wir uns getrennt? Sie ist gestorben. Okay. Oh, kein Zeitdruck anscheinend. Ich hatte gedacht, es gibt Zeitdruck. Aber das ist schon mal eine wichtige Entscheidung. Aber ich finde, wir sollten per se erst mal ehrlich sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das für großartige Konsequenzen haben könnte, wenn wir ihr erzählen, sie ist tot. Nicht, dass Chloe irgendwann doch ankommt, weil wir uns anders entschieden haben und sie ja dann doch nicht tot ist. Hm. Ähm. Hm. Das ist jetzt ein guter Punkt, wie wir sehen Chloe nachher und ich sage, sie ist tot. Ich meine, ich würde mich freuen, sie zu sehen. Aber. Ähm. Hm. Aber in dem Sinne würde ich ehrlich sein, aber es ist ein bisschen seltsam, dass sie uns als Amanda bezeichnet hat. Was heißt, wir haben ja vielleicht ein ganz neues Leben vielleicht angefangen, mit einem neuen Vornamen. Oder, falls ich mich nicht richtig erinnere, hatte Chloe einen zweiten Namen? Amanda? Max? Amanda? Amanda Max? Ich glaube nicht, oder? Ich bin mal ehrlich. Sie ist gestorben. Vor einigen Jahren. Oh. Scheiße. Nein, hey, ist wirklich okay. Es ist schon sehr lange her. Willst du über etwas anderes reden? Ja, bitte. Okay. Amanda. Eindruck? Hm. Sie ist nicht mein Typ. Offensichtlich bin ich total verknallt. Hm. Ja, Thema. Okay. Ja. Ich habe mich super hart in ein heißes Mädchen verknallt. Genau wie halb Lakeport. Amanda ist ein Turn-up-Fan. Ach so, sie heißt Amanda, nicht wir. Oh mein Gott. Das wäre gar voll Verbot gewesen. Ich kann dich durch die komplizierten Gewässer der Liebe lotsen. Schritt eins. Rede mit ihr. Worüber denn? Worüber reden normale Leute überhaupt? Dann sehen Preise. Doch wir streben mehr an. Sieh dich um. Sie ist für die halbe Deko hier verantwortlich. Finde raus, was ihr gefällt. Ja. Ja. Warum eigentlich nicht? Los geht's. Zeit normal zu sein. Oh je. Ich muss nur ein paar Sachen finden, die ihr Männer gefallen und mit ihr darüber reden. Ich schaff das. Ich kau direkt ab. Aber wie cool ein Graffiti ist hier. Warum Kaugummi-Automaten? Okay, dann habe ich da irgendwie voll verpennt. Obwohl da die ganze Zeit unten auf Max steht, wenn sie hier redet, aber... Vielleicht war der Satz auch einfach nur merkwürdig. Okay. Ich habe schon wieder L2 gedrückt. Okay. Sprich. Okay, ja schon. Beziehungsweise guck erstmal. Beziehungsweise... Nach... Ich guck, was haben wir Objekte? Die Turtle? Okay. Oh Gott. Jetzt geht's wieder los. Hey Max. Von Joyce. Erinnerst du dich an mich? Joyce hier, Chloes Mutter. Ich weiß es etwas sehr. Ich habe letztens aufgeräumt und das niedlichste Foto von dir und Chloe als Piraten gefunden. Ich hatte vor, dir ein Bild davon zu schicken, habe es aber direkt wieder verlegt. Aber deine Eltern haben mir von deiner Auszeichnung erzählt. Wir wussten alle, dass du es weit bringen wirst. Danke Joyce. Es war cool, anerkannt zu werden. Alles Gute zum Geburtstag, Max. Wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, wartet im Two-Wales ein Stück Kuchen auf dich. Okay, also Two-Wales gibt's immer noch. Entweder lebt Chloe vielleicht auch noch oder sie hat's wieder aufgebaut. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie genau dort nochmal zerstört war. Es war so lange her, dass ich Teil 1 gespielt habe. Aber anscheinend gibt's das Two-Wales noch. Heute ist der Jahrestag, Max. Der Tag, an dem ich meine Tochter, an dem wir Chloe verloren haben. Okay, sie lebt tatsächlich nicht mehr. Ich fühle mich ohne sie immer noch einsam, aber es tröstet mich, dass du hier bist. Denn Chloe hat die sehr am Herzen gelegen wie mir. Das tut sie immer noch. Es ist mir so leid, Joyce. Okay, sie ist noch ein bisschen wortkarg, ne? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Okay, dann haben wir in dem Sinne schon mal die Wahrheit gesagt. Das war nämlich meine Befürchtung, dass sie vielleicht doch noch lebt. Und dann, wer weiß, was passiert ist. Oh je, hier sind noch ein bisschen mehr Texten. Moses. Können wir noch nicht. Mal schauen. Ey, Max, sorry, dass es so kurzfristig ist, aber ich bin unentschieden, was Vins Halloween-Party angeht. Und nein, Moses, ist alles okay? Ja, ja, Safi und ich waren letztes Jahr da und das war klasse, aber ich habe es mit den Feiern etwas übertrieben. Sagen wir einfach, ich war Tetsuo und Vins Wohnung war Neo-Tokyo. Das ist in Bezug auf ein Anime, oder? So weit weg auch, Max. Maxine Koffel, du bringst mich nach oben. Mein Schatz, jeder hat doch Akira gekauft. Nein, habe ich nicht. Das will ich hoffen. Wenn du deine Meinung zu Party änderst, sag Bescheid. Und wenn es weiter ein Nein ist, kann ich dir etwas mitbringen aus Neo-Osaka. Max, bitte, die wurden das noch frisch. Ja, Max, Safi hat mir vorhin getextet und meint, ihr seid noch immer verkatert von Halloween. Ja, meine Decke hat vor einer Stunde endlich aufgehört, sich zu drehen. Was für ein Morgen. Max, es ist fast 13 Uhr. Moses, bitte beschere mich nicht für mein Trinken. Klar, sorry, ich wollte nur wissen, ob ihr eine Mitfahrgelegenheit zur Snapping Turtle braucht. Ich hatte noch keinen Mittag und dachte, ihr könntet Gesellschaft brauchen. Oh mein Gott, du bist ein Heiliger. Was passt, da es Allerheiligen ist? Das war gestern. Die Woche von Allerheiligen, Allerheiligen. Ich seh dich bald. Das ist die zweite Woche. Es ist der zweite Freitag des Monats, Max. Ja, das ist es. Oh, Moses, was hab ich vergessen? Mana Massive schon wieder. Scheiße, das ist heute. Das ist es. Jeden Monat. Wenn du es nicht spielen willst, ist es okay, ich verstehe es. Aber ich will, dass du mir persönlich ins Gesicht sagst, dass du nicht spielen willst. Du weißt, über solche Wildenskraft verfüge ich nicht. Ich habe gerade genug, um morgens Kaffee zu machen. In Ordnung, dann sind es wieder nur ich und Diamond. Diamond spielt gerne, weil es Spaß macht. Tu doch nicht überrascht, wenn ich es nächsten Monat wieder anspreche, okay? Auch durch Schuldgefühle bringst du mich nicht zum Spielen deines Sammelkartenspiels, Moses. Du sagst es jetzt, aber ich spüre jetzt schon die Unklarheit in deinen Nachrichten. Ich sag ja, meine Wildenskraft ist nicht mehr das, was sie mal war. Kommst du noch zum Filmabend oder nicht? Entschuldige, Moses, ich hinke mit dem Benoten hinterher. Aha, verstehe ich schon. Hey, was soll das heißen? Es soll heißen, dass dies das zweite Mal ist, dass etwas dazwischen kommt, wenn Safi den Film auswählt. Was? Das ist Zufall? Natürlich ist es genau das, was Zufall bedeutet. Hör mal, wenn ich die Dummheit von Brain Bucket 2 erleiden muss, dann tue ich es nicht ohne Unterstützung. Moment mal, Brain Bucket 2 war meine Wahl. Nun, mein Argument gilt trotzdem. Ich glaube immer noch nicht, dass dir Brain Bucket 2 nicht gefallen hat. Am Filmabend geht es nicht darum, Spaß zu haben, Max. Es geht darum, Spaß zu haben und deine Freunde dabei leiden zu lassen. Das war ein Zitat von Orson Welles. Jo, glaubst du über die Feiertage auf dem Campus? Ja, brauchst du jemanden, der auf dein Labor aufpasst? Ist besser, wenn du das nicht tust. Unsere Geräte sind zerbrechlich. Hey, ich bin Fotografin. Ich arbeite mit mehr zerbrechlicheren Geräten als die meisten anderen Berufen. Also, ich wollte nur sicher gehen, dass es dir so fernab von zu Hause gut geht und so. Ich komm klar. Ich bin schon oft allein gewesen und Safi ist ja hier. Was ist sie? Sie kann echt lieb sein. Ich denke, ihr seid gut füreinander. Ich denke, das trifft auf uns alle drei zu. Also, Zeit für einen Happen in der Snapping Turtle. Ich muss mich aufregen. Für dich immer. Ich kann mich nicht erinnern, wann du dich das letzte Mal aufgeregt hast. Nun, Safi antwortet nicht. Ah ja, Plan C für Caulfield. Ich bin gern die zweite Wahl. Oh. Willst du rumhängen oder nicht? Ja, ich verarsch dich nur. Worum geht's bei dem Aufregen? Das neue Teleskop, das ich bestellt habe mit Geld? Der Uni ist im Lieferrückstand. Verdammt. Das ist scheiße. Was ist es? Es war nicht im Lieferrückstand, als ich es bestellt habe. Ich wollte es für meine Studenten für die Klausuren aufbauen. Okay, ja. Verstehe, warum dir das unter die Haut geht. Dann gemerkt es sich hier durchgleich in der Turtle an unserem Tisch. Hey, sag Bescheid, wenn dein super geheimes Fotoshoot-Team vorbei ist, dann kann ich mich mit dir und Safi treffen. Moses, wenn es super geheim ist, kannst du es nicht in einer SMS erwähnen. Max, es sind Fotos. Ich nehme an von Safi. Wir brechen hier nicht Codes in Bletchley Park. Das weißt du nicht. Es könnte Bletchley Park sein. Klar, Salvertisch wie immer. Salvertisch, ich melde mich, wenn wir fertig sind. Ich bringe meinen Decoder. Okay. Dann kommt Moses, falls das von heute ist eventuell auch noch vorbei. Safi. Die hat es auch schon ein bisschen was gedextet. Und anscheinend sind wir alle irgendwie Dozenten oder so an der Uni. Das klang hat bisher so. Ich will ja nicht drängeln oder so, aber Halloween ist in drei Tagen. Ziehen wir das mit dem Kostüm durch oder nicht? Mir ist es egal, ob wir Wins Kostümwettbewerb gewinnen, aber mir ist nicht egal, ob unser Kostüm seins in den Schatten stellt. Ja, ja, sorry. Ich muss nur noch eine Sache kaufen, dann haben wir alles. Na dann Tempo. Das ist mir sehr wichtig und das solltest dir auch sein. Du und ich haben sehr unterschiedliche Auffassungen davon, wie wichtig Halloween ist. Und das sage ich als Fan von Horror und Blut. Rupup Max, dein Streitwagen ist hier. Ich habe nur noch einen, ich brauche nur noch eine Sekunde. Das waren jetzt fünf Minuten. Das zählt kaum als ein Watt? Brauche nur noch einen? Sechs? Sekunde. Das waren jetzt fünf Minuten. Nein. Es hat einen Schreibfehler, ich hoffe, ich glaube, wenn ich sehe. Okay, ich glaube, ich habe mich fast von Halloween erholt. Wie hältst du dich? Ich würde sagen, dass ich jetzt weiß, wie sich die Untoten fühlen, aber ich glaube, selbst die sind besser dran als ich. Reichweitskollege. Wie steht es damit, wenn ich dich das Tageslicht nicht in den Staub verwandle, triff mich in der Turtle für das fettigste Frühstück der Welt und die größten Bloody Marys, die Amanda mixen kann. Ich pelle mich aus dem Bett und sage dir dann Bescheid. Gute Idee, sagen wir stattdessen Brunch. Scheiß auf, Mittagessen. Das kann auch fettig sein. Gleich so Abendessen. Gott, das ist die beste Idee, die jemand hatte. Ich weiß, es ist ein Schultag, aber hast du Zeit, dich für Drinks mit deiner liebsten Dichterin zu treffen? Klar, ich muss nur noch ein paar Noten eintragen, was ich bis auf die letzte Sekunde rausgeschoben habe. cool, ich habe einen Manuskript Entwurf Final, 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 diesmal wirklich V4 vor zwei Minuten fertiggestellt und von dem ganzen Adrenalin wird mir noch schlecht. Glückwunsch, Savi, etwas zu tun fühlt sich nie besser an, als es erledigt zu haben. Danke, Max. Ich habe jetzt vielleicht eine Sehenscheidenentzündung, aber ich kann meinen Ellbogen noch bewegen, wie man es heute so sagt. Die ersten zwei Runden gehen auf mich und ich muss es einladen. Dem texte ich als nächstes zwei Dummer und sofort. Sorry, war an den Nachrichten kurz verschollen. Ich denke über meinen finalen Entwurf nach und ob ich noch einen finaleren Entwurf brauche. Ich kann mich deswegen kaum auf die Arbeit meiner Studenten konzentrieren. Du bist eine großartige Schriftstellerin, Savi, geh nicht zu hart mit dir selbst ins Gewicht. Leichter gesagt, als getan. Lass ihn für ein paar Tage in Ruhe. Weißt du, dass das die längsten ein paar Tage meines Lebens sein werden? Ich weiß, denk an die Geschichten, die du auf deiner glorreichen Buchtournee erzählen kannst, wenn es erstmal veröffentlicht ist. Scheiße, ich hasse es, wenn du recht hast. Hey, ich werde kein Stalker sein, aber warst du vor 30 Minuten in der Turtle? War ich, bin ich immer noch. Oh, ich dachte, du fährst für Thanksgiving nach Hause. Oh ja, keine unvernünftige Annahme, ich möchte bloß nicht von meinen Eltern ausgequetscht werden, wann sie mit Enkelkindern rechnen können und warum sie bis jetzt auch gerne haben. Oh, graus. Es ist viel leichter, sie von mehreren tausend Kilometern entfernt zu enttäuschen. Meinst du, ich enttäusche mal die ganze Zeit von Angesicht zu Angesicht, ist eine meiner besten Eigenschaften. Eine von vielen. Und das ist die Überführung hierzu. Wenn du diese Enttäuschung in Hochauflösung erleben willst, kommt für Thanksgiving zu uns. Ich weiß mal, hätte ich gern dabei und ich auch. Das ist wirklich lieb, Safi. Hey, ich tue es nur, damit sie jemand anderen wegen nicht existenter Enkelkinder nerven kann. Vielleicht lerne ich dabei neue Ablenkungsmanöver, die ich auf meine Eltern anwenden kann. Das ist die richtige Einstellung. Hey, kann ich dich kurz wegen was nerven? Mein Buch ist fertig, ich habe nichts außer Freizeit, außerhalb meiner Kurse natürlich. Cool. Ich wollte schon seit einiger Zeit Fotos an verlassenen Orten für eine neue Reihe, die ich plane schießen oder zumindest, um wieder warm zu werden. Ich habe wegen Unterrichten kaum fotografiert. Woran hast du gedacht? Das ist es ja. Ich hatte gehofft, dass du Vorschläge hast. Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Treffen wir uns später in der Turtle. Ich bringe eine ganze Liste mit. Geht klar. Danke, Safi. Wann treffen wir uns fürs Fotoshooting? Wie klingt? 13.30? So, 13.30. Sorry, 13.30 passt. Muss ich was mitbringen? Nur deine gewinnende Persönlichkeit und vielleicht Adleraugen. Aber die schlechten Witze kannst du zu Hause lassen. Keine Chance, die schlechten Witze sind jetzt ein Teil von mir. Der Professor meinte, das Experiment kann nicht rückgängig gemacht werden. Safi, bitte. Okay, aber nur dieses eine Mal und nur, weil ich dich mag. Okay. Menge Text hier. So, letzter Chat. Hallo Maxine. Willkommen an der Kaleiden Universität. Ich bin Dr. Yasmin Fejad. Wir haben uns am Telefon unterhalten. Das hier ist bloß ein Zusatz. Ich weiß, alle freuen sich sehr darauf, dich kennenzulernen und zu erleben, was du zu bieten hast. Ich hoffe, dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Das tut es. Ich kann Ihnen nicht genug für diese unglaubliche Gelegenheit danken, Dr. Fejad. Kein Grund, so formal zu sein, Maxine. Du kannst mich Jasmin nennen. Ich bin nur Dr. Fejad, wenn ich Spenden sammle. Na dann, danke sehr, Yasmin. Hallo Maxine. Yasmin hier. Ich nehme an, dass du dich gut einlebst und Studenten wie Fakultät dich gut behandeln. Das tue ich und danke. Der Campus ist wirklich wunderschön und ich kann es kaum erwarten, seine Schönheit auf Film einzufangen, allein mit meinen Studenten. Wunderbar. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich auf deine Arbeit hier in Kaledon freut. Safi hat mir heute beim Mittagessen erzählt, dass sie zwei Blöden miteinander auskommt. Nun, sie hat einen unflätigen Ausdruck dafür benutzt. Aber das war der Kern. Sie werden dieser Zeit eher reserviert und es ist bemerkenswert, dass sie durch deinen Einfluss wieder mehr ihr altes Selbst ist. Ihre Tochter ist großartig, Yasmin. Es ist lange her, seit ich jemanden kennengelernt habe, der so interessant und geistreich ist wie Safi. Wenn überhaupt, muss ich mich bei ihnen bedanken. Das weiß ich zu schätzen, Maxine. Das bedeutet mir sehr viel. Hey Maxine, ich wollte mich dafür bedanken, dass du deine Werk dieses Wochenende im Gebäude für bildende Künste ausgestellt hast. Eltern Wochenende ist immer ein großes Ereignis und alle haben von deiner Fotografie geschwärmt. Du bist eine Bereicherung für unsere bescheidene Institution. Gern geschehen. Ich weiß nie, wie die Leute auf meine Kunst reagieren werden. Es freut es mich zu hören, dass es so ein Erfolg war. Ich bin nicht enttäuscht. Ich wusste, dass sie es lieben werden. Hey Maxine, ich entschuldige mich, falls es dir zu direkt ist, aber Safiya deutete an, dass du dieses Sanktgegen vielleicht nicht zu deinen Eltern fährst. Ich weiß, dass Reisen zu den Feiertagen einen in den Wahnsinn treiben kann. Ich wollte dich einladen, mit Safiya und mir zu Abend zu essen. Es ist nicht wirklich ein Feiertag, den wir je gefeiert haben, aber so oder so widerstrebt es mir, dass du allein bist und ich weiß, sie sieht das auch so. Vielen Dank, Jasmin. Ich bin im Moment etwas erkältet. Wenn ich mich bis Donnerstag besser fühle, sage ich ihnen Bescheid. Natürlich, hoffentlich bis bald und hoffentlich bist du bald wieder gesund. Okay. Ja, war dort schon mal durch. Through the Looking Max. Schöner Titel. Ah, haben wir direkt schon geteilt. 102 Likes, drei Kommentare, Vanessa. Das war ein Foto. Es sieht aus, als könnte es jeden Moment auseinanderfallen. Max schuldet mir ihr Leben. Okay. Und noch. Ah ja. die Dinger. Mir gefällt die Komposition. Ma, wirk, was ist dein schönes Foto? Warum ist die Tochter denn so? Okay, die Bula-Reihe. Oh Gott. Der Feed ist ja ewig lang. Okay, wir haben die ganzen Fotos hier gemacht. Okay, Main Feed. Seit ich in Rente gegangen bin, kommt mir allein leben, einsam vor. Oh Gott. Wie ist das hier ein bisschen hakelig. Bula, Nebula. Mhm. Er macht irgendwas über. Was für ein paar Trottel. Fun-Fact über die Geminiden. Heute Nacht die meisten, die Ohrschauer stammen von Kometen, doch dieser stammt von einem Asteroiden. Paieton, 3200. Unter allen Asteroiden umkreist Paieton die Sonne mit der geringsten Entfernung. Mhm. Okay, Paieton wurde nach dem Sohn des griechischen Sonnengottes Helios entbenannt. Er fuhr den Sonnenstreitwagen seines Vaters einen Tag lang und war so beschissen darin, dass Zeus ihn mit einem Blitz tötete. Safi, das ist kein Fun-Fact. Wem gefällt es denn nicht, wenn Zeus zuschlägt? Okay. Das Erste, was ich morgens im Mund haben will. Mhm. Okay. Also es hat so ein bisschen wie Twitter hier, was? Er ist lieber an Tony, den besten Partner aller Zeiten für das Paket. Mhm. Ich durfte Manserad und Dino für Gays fotografieren. Den Rest der Fotos gibt es in Januar. Ausgabe zu sehen. Mhm. Die anderen für den Open-Mic-Abend sind dürftig, Leute. Amanda und Rosen. Niemand will singen, anscheinend. Ritter. Safi hat auch ein Brettspiel. Gutes Foto, Reggie. Mhm. Das ist hübsch. Okay. Was ist das hier? Abraxas-Gesellschaft. Abraxas ist eine Studentengesellschaft. Mhm. Sie bieten Performance-Art dar, was, soweit ich es verstehe, bloß alberne Streichel bedeutet. Hm. Drückt dich die Langeweile. Oder was passiert vor dem Chemie-Labor? Präsentiert von der Abraxas-Gesellschaft. Okay. Amanda. Achso, das war das. Okay, sehen wir nochmal die einzelnen Posts anscheinend. Joyce, scheint es gut zu gehen. Seit ich in die Hand gegangen bin, kommt mir allein Leben einsam vor. Also pflege ich jetzt Kätzchen. Willkommen in der Price-Familie. Pfanne, Wok, Grill und Topf. Joyce, du darfst Kätzchen nicht kochen hier. So süß, aber mach dich bereit, bei einem Haus Überraschung zu finden, während sie lernen, das Katzenklo zu benutzen. Das habe ich mit Bongo schon durchgemacht. Seitdem, seit ich ihm hatte, seit ihm hatte ich keine Katze mehr. Er war ein guter Junge. Vielleicht kann ich Ryan überzeugen, dass wir in der Rente auch Katzen pflegen sollen. Okay. Also hat sie ihr Two Whales eventuell dann doch nicht mehr. Das war das. Klick einfach mal alles an. Eventuell sagt sie ja noch irgendwas. Das war das Bild. Jetzt kommt die erste Messe bis zum Ende des Monats um eure Bewerbung für Kälte dann einzureichen. Wir freuen uns darauf, euch hier willkommen zu heißen. Okay. Gut. Das kriege ich auch noch mal alles an. Dann sind die roten Punkte weg. Da ja. Gut. Okay. Gut. Mein Gott. Ach so, ich sollte herausfinden, was sie mag, ne? Amanda. Ah ja, stimmt. Dieses Singing oder Monthly Open Mic. Muss nicht unbedingt Singen sein. Vogelfitze. Okay. Echt ein ganzer Abend mit Auberginen. Nein, aber sie hat einen ganzen Vortrag über Entenpenisse. Willst nicht von den Entenpenissen hören. Hast du ja ein Vögelwitz? Das ist ein tierisch lustig. Okay. Kann dann also wahrscheinlich erzählen, was man wieder auf der Bühne hat. So. Oh mein Gott. Haben wir viel vorgelesen gerade. Stammes. Was? Stammeskünstler im Blickpunkt. Man muss ein Werk, in dem ein zugeschneider Baum romantisch wirkt. Einfach lieben. Hm. Tja. Das sieht nicht richtig aus. Wow. Die sind wundervoll. Caledon hat wohl nicht alle künstlerischen Genies aus Lakeport verpflichtet. Ja. Ich bewundere Hingabe an ein Werk wie jeder andere auch. Aber das Werk hier ist einfach verwirrend. An die Arschlöchter, die ständig die Bilder umdrehen hört, auf die Kunst anderer zu ruinieren. Amanda. Ach so. Reparieren. Aber vielleicht soll es so aussehen, wenn wir es jetzt umdrehen. Es ist falsch. Wer weiß. Hm. Ich dachte fast, das sollte so. Aber so gemacht in dem Meer sind. Ja, ne? Hm. Können wir es noch mal umdrehen? Wir sind wundervoll. Hm. Okay, wir können es aber nicht noch mal umdrehen. Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht so die krassen Konsequenzen haben. Oh Gott. Bühne. Bitte nicht. Okay. Doch. Ist auch schön, wenn hier kleine Bands auftreten. Das ist ja auch cool. Puhschädel. Und ich kann es nicht laut genug sagen. Cool. Das gefällt mir echt gut hier. So. Neue ich hier. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich meine es diesmal ernst. Ich stehe so kurz vorm Ausrassen. Was soll das heißen? Ich kann nicht mehr. Du weißt, was ich meine. Wüsstet ihr, dass ich war? Okay, mit euch Quatsch kann ich nicht. Aber ihr seid alle auch in meinem Twitter-Feed drin irgendwie Filmposter. Oh, super, Diamond. Gut gemacht. Hm. Das letzte Mal, dass ich sie sah. Skript und Regie Diamond Washington. Gewinner für Bester Film der Hochschule Filmgesellschaft. Ah. Okay. Wird auch hier ausgestellt. Ah, Go spielen. Irgendwann möchte ich mit Moses und Safi Go spielen. Ich muss aber erst die Regeln lernen. Ich hab's auch noch nicht gespielt. Oh, das sieht cool aus. Machen wir diesen Miese, Peter. Wieder glücklich. Ah, das ist ja auch umgedreht. Ah, was ist, wenn es so soll, Max? Hm. Also, kann man es wenigstens wieder lesen. Aliens. What? Aliens consume more products Auto. Ja, das macht Sinn. Produkt, Produkt, Produkt. Hm. Barbie. Oh, Polaroid-Foto. Ich dachte, ich wäre Kaledons Polaroid-Fotografin. Doch, unsichtlich hat noch jemand den Sprung gewagt. Ah, er ist dies. Hm, hm. Das nehmen wir einfach mit. Okay. Da wollen wir die Bilder von wirklichen Leuten klauen. Das ist auch süß. Ein bisschen was wie von so einem Pokémon oder so. Reggie und Diamond. Ach, ihr habt miteinander gesprochen, nicht die... Es geht bei euch ab, Kinders. Hm. Ihr seid nicht zufällig über die Weihnachtsferien hier, oder? Hm. Hier bleiben? Oder mich von meinem Vater dreimal die Woche in die Kirche schleppen lassen? Ich bleib hier. Außerdem bleiben viele von Abraxas hier. Wir haben Aufgaben zu erledigen. Welche Art von Geheimgesellschaft gibt einem Hausaufgaben? Die Art, die für kindische Streiche und Partys berühmt ist. Also, warum treten Leute Abraxas bei? Das klingt doch nur nach Stress. Das einzige, was schlimmer ist, als Abraxas Mitglied zu sein, ist es nicht, Mitglied zu sein, wenn du irgendwie anerkannt werden wirst. Das war aber nicht immer so. Es ging mal um Aktivismus und die Erstellung von Kunst, die etwas bedeutet. Jetzt geht's hauptsächlich um Kontakte und darum, Präsident an den Lenk anzuhimmeln. Das klingt ja mega kacke. Naja, viel Glück euch beiden. Okay. Ich habe auch allen Grund. Ich schaffe BWL gerade so. Die einzige Kurse, die kein Krampf sind, sind im Max-Kunst-Seminar. Den Kram mache ich freiwillig. Vielleicht älterst du das mal. Nein. Die Zukunft der Suppe liegt in meinen Händen. Suppenumfrage. Nächste Woche gibt es Senegalesische Erdnusssuppe oder Muschelsuppe im Stil von New England. Hm. Ich wäre glaube, für die Erdnusssuppe das klingt lecker. Oh, man kann abstimmen. Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade irgendwie gesagt habe, aber ich glaube, das gehört ja gerade nur zur Aufgabe. Nicht, dass ich jetzt Muschelsuppe gerne mag und ich für Atmosuppe abstimme, aber ich tue es. Klingt besser. So. Wunderbar. Wir haben immer noch nicht so wirklich was gefunden, außer, dass sie sehr viel Graffitis und Kunst mag. Die sehr cool aussieht. Aber das ist auch nicht so viel. Aber weiter. Aber ihr seid. Guck mal, wie geht's gut. Oh Mann. Ich will's auf die Tafel mit blöden Anmachsprüchen schaffen. Ob irgendwer hier einen guten Spruch hat, den ich mir leihen kann? Hm. Schlimmste Anmachsprüche der Woche. Du musst der wahre Grund für die Erderwärmung sein. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Hast du Wasser in den Beinen, weil meine Wünschelrute ausschlägt? Oh Gott. Also drei müsste eigentlich auf die Eins. Das ist wirklich schlimm. Ja, K. Das ist bestimmt Reggie, oder? VLGH. Hm. Mir fällt jetzt aber spontan auch keiner ein. Es gibt eine Menge Schlimmer, die man schon mal gehört hat. Abuse of the Month. Always on tap. Okay. Welches Bier wirklich gut ist. Ich könnte sie fragen. Ginge? Ja, mit dir sprechen wir am Ende, aber ich kann dich ja schon mal angucken. Bei ihr sieht die Arbeit als Barkeeperin so leicht aus. Oha. Dass man hier sogar richtig reingucken kann. Hallo Julius. Willkommen. Sieht auch cool aus. Mitgliedsliste. Gutes Bier. Gute Moral. Was will man mehr? Snapping Turtle. Die Snapping Turtle ist Eigentum von Mitgliedern und wird demokratisch von einem gewählten Vorstand verwaltet. Wir glauben an Bier, Kunst, Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen. Du musst kein Mitgliedbesitzer der Snapping Turtle sein, um das zu genießen, was wir anbieten. Doch uns zu unterstützen, bedeutet, dass du die Kunst und eine faire und gerechte Lebensrate unterschonst. Amanda empfiehlt Misery Cult, damit kann ich was anfangen. Okay. Die Angestellten der Snapping Turtle empfehlen die neueste Staffel von Dämonenflüsterer. Saddy Braumeisterin. Unsere neue Käsesandwich mit grünem Apfel. Teddy Koch Misery Cult. Album der gleichnamigen Band von 1999, Amanda Barkeeper Bilderbeats Tanties von Professor Lucas Colmanero Jana, Gliedbesitzer. Okay. Können wir vielleicht schon mal Musik vorschlagen oder so? Ich bewerbe mich für den Highschool mit. Hab meine Telefonnummer verloren, kann ich deine haben? Eigentlich ist es schon ein bisschen ausgelutscht. Die ist, glaube ich, nicht schlecht in dem Sinne. Jetzt sollte ich das Eis brechen können. Das mit der Wünschelrute war schon schlecht. Aber mir fällt spontan keiner ein. Außer so was wie deine Augen sind so schön oder bist vom Himmel gefallen weil du ein Engel bist oder irgendwie so was. Diese Klassiker. Amanda hat eine große Familie. Wie das wohl ist? Hm. Alles klar. Ich hab ein paar Themen. Ich bin absolut und total darauf vorbereitet, mich wie ein normaler Mensch mit Amanda zu unterhalten. Bist du ja sicher, Max? Noch ein paar Anmachsprüche könnten aber nicht schaden. Ja, wir fragen Sophie gleich mal. Das sollte ich Jasmine schicken, um die Tradition der Fußbilde aufrecht zu erhalten. Vielleicht bekomme ich eine Festanstellung. Thomas, Family, Hulk mit Leib, Brookfold. Sollte ich mir das merken? Alles klar. Ich hab ein paar Themen. Ich bin absolut und total darauf vorbereitet, mich wie ein normaler Mensch mit Amanda zu unterhalten. Noch ein paar Anmachsprüche könnten aber nicht schaden. Bottergemälde. Das ist auch falsch. Wenn ich Amandas Notiz trauen kann. Hatte der Künstler eine andere Vision für sein Werk? Okay, da drehen wir mal Augen. Vielleicht gibt's ja eine Archive mit irgendwann. Alles klar. Ich hab ein Halt. Ich bin absolut und total darauf vorbereitet, mich wie ein normaler Mensch mit Amanda zu unterhalten. Noch ein paar Anmachsprüche könnten aber nicht schaden. Alter, was sind das hier für eine Lage? Oh mein Gott, ich würde gerne rausgehen. Das ist ja schön. Oh Gott, wir kommen noch raus irgendwann. Doktorand. Ah ja. Der Kaffeesüchtige. Eindeutige Zeichen einer Nachtschech mit zehn Kaffee. Aber der verreckt mich an dem Herzinfarkt. Boah, die Kunst hier ist schon echt cool. Trust me. Okay. Hier noch Toiletten. Ich wette irgendjemand hier hat eine tolle Anmache, die ich benutzen kann. Ja, wir gehen mal Safi fragen, ob sie eine Anmache hat. Aber die beiden hier drüben. Ja, Anmachsprung. Achtung, Umfrage. Kennt ihr zwei gute Anmachsprüche? Ähm. Ordentlich Kalorien in dem Drink. Ich kenne da eine gute Art, sie zu verbrennen. Zu altmodisch? Aber ist der schlechter als die Wünsche Gute? Der ist halt auch ein bisschen so weit wie die Telefonnummer, ne? Das ist ein bisschen zu offensichtlich, glaube ich. Oder zu weiß ich nicht, den hatten wir halt schon mal irgendwie zugehört. Brauchen wir halt originelles, aber trotzdem schlechtes. Guck mal, wir fragen sie mal. Du kennst doch bestimmt ein paar. Der ist not bad. Und der ist nicht so eklig. Drei anmachen? Vor allem die dritte. Okay. Ayke will aber jetzt nicht zu ihr hingehen und ihr so'n dummen Anmachspruch bringen. Äh. Sonst können wir, glaube ich, mit jemandem reden weiter. Das ist so schön hier, ey. Okay. Dann all unseren Mut zusammennehmen. Gucken sie nochmal an. Rede einfach mit ihr, Max. Sonst kannst du es doch auch. Okay. Schaffenblatt. Viel zu tun? Ach. Julie ist krank. Also hatte ich keine einzige Pause. Meine Blase explodiert gleich. Geh pinkeln. Wir können auch später reden. Eine grandiose Idee. Geh nicht weg. Das ist das dritte Glas diese Woche. Reggie! Ich mach das. Geh aufs Klo. Sofort. Du bist meine absolute Rettung. Du hast was gut. Ey, wir haben schon mal Pluspunkte bei ihr. Das ist auch gut. Los aus dem Weg erst die. Reddy hat Glück, dass ich ihr nicht zum Glas aufhegen zwänge. Hm. Okay, jetzt hier haben wir noch einen gelegt. Du hast mein Leben um 180 Grad gedreht wie irgendwelche Flitzpiepen, die Bilder hier. Der ist gar nicht so schlecht, weil er passt hier zu der Umgebung, ne? Der ist gar nicht so schlecht. Aber der ist nicht schlecht schlecht in dem Sinne. Das ist eigentlich okay. Aber nicht schlimm irgendwie. Vielleicht was ich über die meine. Der ist nicht so wie mit seinen Kamorinen da. Das ist so gut. Diese war schnell pinken. Denk das nächste Mal dran. Das Glas gehört auf den Tisch. Ah, das war's mit dem Bier ausschenken für ihn. So, jetzt nochmal. Oh Gott, ich will ja keine Ahnung, immer Sprüche machen. Mrs. Rekord, machen wir erst mal Musik. Also, du bist ein Fan von Misery-Kult? Und wie? So cool, dass du die kennst. Ja, die sind super, ich kenne die Band nicht. Ah, wenn wir jetzt sagen, die sind super und sie dann fragt, aber das ist dein Lieblingslied, dann sind wir am Arsch. Ich glaube, wir kennen die nicht. Vor allem, wenn es schon alle fängt mit, äh, ja. Ich bin mal ehrlich. Nein, sorry, von denen hab ich noch nie zuvor gehört, bis ich deine Empfehlung auf dem Whiteboard gesehen hab. Oh, klar. Du kommst ja nicht aus Lakeport. Also, erzähl mir von denen. Na komm schon. Misery-Kult war die erste Band aus Lakeport, die es geschafft hat. Haben die Musikszene hier revolutioniert. Hm, worum sind sie? Lakeport hat eine Musikszene. Was bedeutet es, geschafft haben in diesem Zusammenhang genau? Na ja, sie werden im College-Radio gespielt. Zur Karl-New Hampshire. Also ja, sie haben's geschafft. Hm, okay, wir können sowieso alles machen. Na komm, Anmarschbruch. Dann haben wir es hinter uns. Was es mit den Anmarschbrüchen auf sich hat. Mein Kumpel und ich waren Headliner für einen Comedy-Abend. Ach du Scheiße, du bist Komikerin? Und warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Sorry, sorry. Ich höre ganz still zu. Fahre fort. Die ganze Fahrt zum Auftritt laberte er von den ekligsten Anmachen, die er sich ausdenken kann, um mich zu ärgern. Dummer. Oh shit. Dann wurde daraus ein Wettbewerb, den ich gewann. Niemand kennt fiesere Anmachen als eine Lesbe aus der Kleinstadt. Und der Wettbewerb wurde zu einer Tafel? Also, lass hören. Was ist dein bester Anmachspruch? Müssten die Englischen eigentlich nochmal lesen. Ich habe meine Nummer verloren. Ich kenne eine gute Art, Kalorien zu verbrennen. Du hattest drei Wünsche. Also, wenn es mit Ekligkeit zu tun hat, dann auf jeden Fall, ich kenne eine gute Art, Kalorien zu verbrennen. Das Ding könnte vielleicht wirklich auf die Tafel kommen. Nummer verloren ist ein bisschen zu... Ja, Klischee kennt man. Mit den drei Wünschen falle ich eigentlich noch in Ordnung. Also nicht schlimm, schlimm. Das ist mir mal bien. Oh Gott. Ich kenne gute Art, die Kalorien aus dem Drink zu verbrennen. Irgendwie ist es heiß, wenn ein süßes Mädchen einen dämlichen Brospruch benutzt. Aber für den Wettbewerb reicht es nicht. Schade. Mh. Hätten wir einen anderen nehmen sollen, aber ich glaube, die anderen hätten es auch nicht getan. Mh. Bierempfehlungen. Könntest du ein Bier empfehlen, dass jemand, der kein Bier mag, trinken würde? Pendle Bar Cider. Das maxigste Getränk der Bar. Hey, woher... Ich kenne eben meine Stammkunden. Ich bin das allsehende Auge von Lakeport, Vermont. Du klingst so langsam wie einer dieser Abraxas-Typen. Die Geheimgesellschaft der reichen Idioten? Nimm das zurück. Okay, deine Familie. Sag mal, die Fotos da drüben an der Wand. Ist das deine Familie? Jep. Alle sechs von uns, meine arme Mutter. Ich liebe diese Trottel und ich bin die Älteste. Sie müssen auf mich hören. Wir sollten nur rumhängen. Oder rummachen. Also, ich dachte mir, dass wir unbedingt mal was zusammen unternehmen sollten. Du kannst mir die örtliche Musikszene zeigen. Oh, absolut. Es gibt da diese Band Revenge Horse, die ich mir anhören wollte. Hey, allein wegen des Namens bin ich sowas von dabei. Also, ähm, ich kläre Erwartungen gerne vorher. Also, kein Druck oder so, aber, ist das ein Date oder treffen wir uns als Freunde? Oh, obwohl die Sachen, die wir vorhin schon gesagt haben, aber auch schon Konsequenzen gemacht haben. Ey, ich bin so gespannt, was hier Neues passiert. Ein Date oder freundschaftlich? Ich meine, wir hätten sie ja nicht einfach so angesprochen, wenn wir kein Date gewollt hätten, oder? Oh, weh, sie sagt jetzt, ah, nee, ich mag dich eigentlich gar nicht, du bist gar nicht mein Typ. Komm, oh Gott. Ich, dachte, schon, dass es ein Date ist. Du bist so unglaublich süß. Dann also ein Date. Okay, hat schon mal geklappt. Guck dich an, Max. Du machst normalen Kran, fast wie ein gesundes, produktives Mitglied der Gesellschaft. Wie fühlst du dich? Ich hab keinen Plan. Die letzten zehn Minuten sind verschwommen. Aber Amanda ist wirklich cool. Guck sie an. Hey. Wie war das Shooting? Sind fast draufgegangen. Wir sind nicht fast draufgegangen. Ja, dank meiner Rettung. Ich verdiene einen Orden. Was machen wir jetzt? Der Abend ist noch jung. Wir sollten abhängen. Nur wir drei. Heute gibt's einen Meteoritenschauer. Ich beobachte ihn für meine Forschung. Das könnte echt lustig werden. Kommt vorbei. Alle beide. Das ist perfekt. Wir brauchen nur... Wartet. Fragt sie am Ende. Sie ist heute ziemlich auf Hochtouren. Tja, so ist sie, wenn sie gute Laune hat. Ein Geschenk von Madame Präsidentin. Meiner liebsten Ma. Zumindest bis ihr wieder einfällt, dass ich ihre Kreditkarte hab. Sollen wir? Schade, jetzt konnte ich die englischen Anmarsprüche nicht mehr lesen. Ich glaube, das war ein anderer. Ich sag mal im Schnitt dann später nochmal gucken. Ich sag mal im Schnitt. Ich sag mal im Schnitt.